Auf. Na Kuh, komm mit mir mit. Auf Rosemarie. Jetzt guck ich mal, Kuh, was machst du denn? Guck mal, wir laufen hoch. Auf, wie geht's? Ja, noch keine Angst. Keine Angst nicht. Das ist ein Muro. Ich stehe bis zu den Waden in einem Zufladen. Ausblick. Irgendwo dahinter ist die Zugspitze. Ganz, ganz kleine Gebäude. Doch. Da kannst du gucken, welcher Monat es ist. Hier sieht man sowas. Oder wie? Ne. Wir sind über dem Wanktunnel. Um Rücke. Also. Acht Uhr. Und dann fahren wir nach oben in eine 9 Uhr. Der Tunnel. Guck mal. Direkt unter uns. Dafür sind diese Arbeiter hier. Zum Wanktunnel. Früge Marmor, oder? Die Pfarrnrohrerei. Schar-Farrnrohr-Analyse. Können wir da gucken? Ja. Das war ein Frühjahrs-Farrnrohr. Aha. Da kann ich da hoch gucken. Da kann ich bloß in den Wald hineingucken. Also, guck mal. Diese Hacker-Scharbrücke verkürzt sich der Weg. Dann schaukeln wir. Komm. Lass mich schaukeln. Bremse, die sticht dich. Bromidings, wie heißt sie immer immer? Diese, wo sie in so einem Camp sind. Augen zu machen. Bleder, Bleder, Bleder. Biessele. Mit Schuckle. Was passiert, wenn man... Hört was auf. Ich mach doch nichts. Und wenn ich schaukeln durch. Aber bitte, ehrlich. Wenn ich da jetzt eine Attacke kriege, dann hast du echt Peck. Wieso machen die da alle immer so Schlösser? Die sind doch... Aber wenn wir drüben sind, einmal hüpfen, oder? Dann kannst du wieder zurück. Ich mach einmal dann hüpfen. Jetzt mach deine Augen auf. Wie kann man das so? Nach oben. Wie kann man das... Ich hab schon auf, wenn du nach oben guckst. Du schaust... Du guckst die Gegend an. Oh ja, die schwand ich. Was? Was? Ich mach doch nichts. Aufhörer. Ich mach doch nichts. Einmal Schaukeln ist doch nicht schlimm, oder? Sag mal. Ich mach einmal Schaukeln. Warte, jetzt. Mit Schaukeln. Und mit Schwingungstheorie, okay? Oh, guck mal. Dürfen wir da schaukeln? Dürfen wir da schaukeln? Oh, da biegt sich aber alles. Guck mal. Guck mal. Die muss man zahlen, wenn man sie hinmacht. Guck mal. Darmatunnel jetzt. Das sieht so aus, als hätten sie ja schon was gebaut. Guck mal. Guck mal. War cool. Das ist ein bisschen alt hier auch. Pass auf, pass auf. Und da drunter. Und da drunter. Und da geschlossen heissen, halt nur, dass du im Griff aufmachst. Aber am Griff und nicht am Draht. Und weil da ein Draht ist, drum drauf. Das merkst du dann schnell. Nie vorlaufen. Und du hörst Kühe in der Steilhanglage. Und du hörst Kühe. Die Prense, die hauen, die stechen sich halt. Gut zu schlagen. Wo ist die kahle Wasserleitung? Das ist nicht so ein Schuss. Das ist so ein Schuss. Die Folge dem Weg noch in 100 Meter. Nein. Und nicht. T-Shirt kann man sich nicht leicht finden. Höhe Erklommen. 780, Sauerstoffarmut, das Ende der Welt, Flugzeuge können nicht so hoch kommen, Sonnenalarm. Da sehen wir, was hoch ist, oder? Weiter spüren 4h per KOMM die Carre zu wirken!